Ich bin Daniel Glierer, ich bin Eishockeyspieler bei HC Pustertorf. Ich glaube, das Stadion ist richtig fährig für das ganze Pustertorf wie ganz Südtirol. Es ist ein kleines Stadion, ein hochmodell und bietet in jedem Verein und in aller großen Möglichkeiten, den Sport zu betreiben. Ich glaube, die Kabine, als Hockeyspieler weiß jeder, dass die Kabine etwas besonder ist und deswegen freue ich mich total auf die neue Kabine. Ja, weil es in erster Linie mal ein Sport ist, was du mit deinen Kollegen betreiben kannst, du bist zu 20 und kannst schon alle glaube ich für dich deine Freunde heißen und sehe das, was Hockey auskommt.